. 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 und ich beziehe an viel Kompost und Biogasgülle und trotzdem brauche ich da noch eine Ergänzung mit Handelsdünger.